In unserem Programm Deutschlandlern schlafen, aber auch bei unseren Vorträgen, werdet ihr eine Sache relativ häufig finden. Nämlich die Aussage von uns, dass wir sagen, ihr schlaft deutlich schlechter, als ihr könntet oder müsstet. Und das hat einen ganz, ganz einfachen Grund. Und zwar, wir haben ja dieses Thema Licht als Taktgeber, haben wir ja schon in verschiedenen Infoblöcken mal besprochen, aber jetzt kommt eins. Und zwar müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Den Menschen gibt es ja nun mal schon ein bisschen länger, also grob 40.000 Generationen. Und die meisten Generationen sind ohne öffentliches Licht ausgekommen. Klar kam irgendwann mal das Feuer, aber so riesig was verändert hat es nicht. Vor gut 200 Jahren ist etwas passiert, was die ganze Menschheit mehr oder weniger verändert hat, nämlich das öffentliche Licht ist in die Welt gekommen. Was ist passiert? Natürlich konnte man abends jetzt was sehen. Ist ja ganz nett, ist ja positiv. Aber der Mensch kam auf eine ganz, ganz andere Idee. Wenn ich abends doch jetzt wirklich Licht habe, und das begann mit Gaslampen, dann kann der Mensch viel länger arbeiten. Ja, das war die beste Idee. Zumindest für damalige Zeiten. Das bedeutet, man musste nicht aufhören zu arbeiten, wenn die Sonne unterging, sondern man konnte hergehen und den Menschen viel, viel länger arbeiten lassen. Und jetzt sprechen wir nicht davon, dass man sagt, okay, jetzt gab es mehr Arbeitsplätze für die, die abends gearbeitet haben. Nein, es gab Doppelschichten, Dreifachschichten. Es gab die Überlieferung, dass Leute nach 21 Stunden durchgehender Arbeit eingeschlafen sind, wurden die rausgeschmissen. Das Ganze nennt man Industrialisierung. Das ist das. Das war Wachstum von unten hin. Aus der Industrialisierung kam die Digitalisierung. Irgendwann kam das Smartphone 2007. Das heißt, das Licht hat unheimlich viel bewegt, aber vor allen Dingen in der Arbeitswelt. In der privaten Welt aber genauso. Das heißt, wenn man normalerweise gegen 21 Uhr sagen würde, im Schnitt, okay, Sonnenuntergang, einschlafen, Augen zu, ist natürlich jetzt vorbei, weil wir den Abend ja durch unser öffentliches Licht, durch das Licht zu Hause, deutlich verlängern. Und dadurch sind Zyklen verändert, dadurch ist der ganze Zirkadier der Rhythmus verändert worden. Und wenn das erst seit 200 Jahren so ist, kann man sich vorstellen, evolutionär kann sich überhaupt nichts geändert haben. Denn 40.000 Generationen Mensch haben das alles geprägt, was hier drin ist, was im Körper drin ist. Und da machen 200 Jahre mal gar nichts. Und auch die nächsten 200 Jahre nicht und auch die nächsten 2.000 Jahre nicht. Das heißt, alle müssen damit leben, dass diese Zirkadier eine Rhythmik verschoben ist, dass die Arbeitswelt sich verändert hat, dass man auch abends arbeitet, wenn man eigentlich runterfahren sollte. Und das alles hat was mit dem Licht zu tun. Deswegen nochmal der Hinweis, der Abend ist dazu da, dass der Körper langsam runterfährt. Und das ist das ganz, ganz Entscheidende. Deswegen wirklich darauf achten, nicht abends unbedingt noch viel Licht abbekommen, sondern wirklich runterfahren.